Sie kennen sicher dieses wehklagende Seufzen, ach, früher, da war doch alles viel besser. Und es gibt Menschen, die klammern sich förmlich an das Vergangene und die sprechen dann voller Nostalgie von der guten alten Zeit. Doch wie sagt es der Prediger in Kapitel 7, Vers 10? Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit, fragst du so. Naja, ich muss gestehen, auch ich gehöre zu denen, die gerne wehmütig zurückblicken und messerscharf feststellen, dass selbstverständlich früher alles viel besser war. Und da sagt mir der Prediger so mitten ins Gesicht, nein, nein, Thomas, das stimmt doch gar nicht. Mit anderen Worten, blick nicht ständig zurück, sondern stelle dich den Begebenheiten und vor allem blicke voraus auf das, was noch kommt und auf das, was wirklich zählt. Und so fragen wir uns doch mal, ja, was waren wir denn früher und was sind wir jetzt? Und zwar in unserer Stellung vor Gott, denn nur das hat wirklich Bestand. Und da heißt es im Epheserbrief, ich lese auszugsweise aus Kapitel 2, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Übertretungen und Sünden tot wart. Wir wurden von unseren eigenen Begierden beherrscht, wir lebten unsere Triebe und Gedanken aus und wir waren genauso wie die anderen von unserem Wesen her dem Zorn Gottes ausgeliefert. Das war unser altes Leben. Ja, wir waren geistlich tot, in der Sünde gefangen, Knechte Satans, ungehorsam, süchtig nach den Begierden dieser Welt, dem Zorn Gottes ausgeliefert und dergleichen. Ja, und das soll besser gewesen sein, als das, was wir heute sind und haben? Nein, danke. Was sind wir denn heute? Vorausgesetzt, wir haben unser altes, kaputtes Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Lesen wir weiter aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir einst tot waren aufgrund unserer Übertretungen, um seiner großen Liebe willen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Ja, ist das nicht großartig? Welch eine Veränderung, welch eine Beförderung, welch ein Aufstieg. Ja, wir sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. So wie es dann hier auch lautet, die wir einst tot waren, sind nun lebendig gemacht. Und dann geht es noch weiter mit den Worten, wir sind mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen. Das heißt, wir sind eigentlich gar keinen normalen Weltenbürger mehr, sondern wir sind bereits Himmelsbürger. Wir sind tatsächlich nicht mehr ganz normal, sondern etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches. Ja, wir sind geradezu verrückt, nämlich verrückt von der Finsternis ins Licht. Und bei dieser Perspektive, mit diesem Blick voran auf die zukünftige Herrlichkeit, ja, da haben wir wahrlich keinen Grund, unzufrieden zu sein, ständig zu meckern und wehmütig in der Vergangenheit herumzukragen. Nein, ich glaube, das wäre sogar ein Anflug von Undankbarkeit. Wie heißt es doch so schön im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das ganz bestimmt nicht zum Schlechteren. Unser neues Leben in Christus. Ja, es mag körperlich, materiell und anderweitig nicht besser sein. Höchstwahrscheinlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Mit unserem neuen Leben in Christus ist uns nun mal keine ewige Jugend und stete Gesundheit verheißen. Und selbst vor anfallenden Steuerabgaben und sonstigen finanziellen Belastungen werden auch wir nicht verschont. Aber unser geistiger Blickwinkel ist doch nicht ausgerichtet hier auf unseren Körper, nicht auf Jung oder Altsein, nicht auf Krankheit oder Gesundheit, nicht auf Kraft oder Schwachheit und auch nicht auf materielle Dinge, sondern auf die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Und so heißt es auch in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16. Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der Innere Tag für Tag erneuert. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Und so frage ich sie, ja was gibt es denn Schöneres im Leben, als die Gewissheit haben zu dürfen, wie es Paulus in Galater, Kapitel 2, Vers 20 zum Ausdruck bringt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und mit diesem herrlichen Bibelwort können wir das Thema abschließen. Und wir stellen fest, ja es gibt keinen Grund, uns von irgendwelchen Problemen entmutigen zu lassen. Denn wir halten bereits etwas in den Händen, das uns niemand mehr wird entreißen können. Das neue, ewige Leben, das wir von Gott in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Und folglich haben wir allen Grund, statt wehmütig zurück, hoffnungsvoll und getrost nach vorne zu schauen, in Dankbarkeit und in Zufriedenheit. Vielen Dank. Vielen Dank.